Moin Leute, ein wichtiges PvP-Update und zwar Blizzard ändert die Ehrenabzeichen, die man bekommt in der Wasungsschlucht im Marathi-Becken. Man bekommt ja pro Sieg drei Ehrenabzeichen und bei einer Niederlage ein Ehrenabzeichen. Jetzt wird das geändert, man bekommt bei Sieg vier Ehrenabzeichen und bei der Niederlage ist es abhängig von der Performance des Verliererteams. Was bedeutet, dass man in der Wasungsschlucht, wenn man eine Flagge erobert hat, zusätzlich zu dem einen Ehrenabzeichen, was man eh bekommt bei Verlust, noch ein weiteres bekommt. Also das heißt, man kann insgesamt drei Ehrenabzeichen in der Wasungsschlucht holen, auch als Verliererteam, wenn das Spiel 3-2 ausgeht. Im Marathi-Becken ist es ähnlich wie in der Wasungsschlucht, der Gewinne bekommt auf jeden Fall vier. Der Verlierer bekommt auch eins auf jeden Fall durch die Niederlage, also für die Niederlage und alle 600 Ressourcen bekommt er ein extra Ehrenabzeichen. Das bedeutet, wenn es zum Beispiel 2.000 zu 1.500 ausgeht, dann bekommt der Verlierer ganze drei Ehrenabzeichen und wenn es 2.000 zu 1.800 geht, bekommt der Verlierer sogar vier Ehrenabzeichen. Das heißt, genauso viel wie der Gewinner. Der Gewinner bekommt natürlich einen extra Bonus an Ehre, weil er das Spiel gewonnen hat. Was will hier Blizzard machen? Sie wollen im Endeffekt einen Anreiz schaffen, dass das Loserteam nicht gleich am Anfang aufgibt. Die meisten spielen das Arathi-Becken, weil wenn sich abzeichnet am Anfang, dass man verliert, dann gehen alle AFK und warten, bis die Gegenseite gewinnt, damit man schnell eine Marke farmen kann. Und Blizzard will hier einfach andere Anreize schaffen, damit das Verliererteam auch bis zum Ende durchhält und auch weiterspielt und nicht einfach nur im Endeffekt die eine Marke abfarmt. Ich muss zugeben, ich finde die Änderung richtig, richtig geil. Das hätten sie meines Erachtens viel früher bringen müssen. Einfach Anreize schaffen für das Verliererteam auch, damit sie das Spiel zu Ende spielen. Und ja, trotzdem, mich interessiert eure Meinung. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr diese Änderung findet. Das war es auch schon mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Vielen Dank.